Namaste. Guten Morgen. Herzlich willkommen zur gemeinsamen Morgenmeditation. Setz dich am Beginn aufrecht auf einen bequemen Stuhl. Achte darauf, dass deine Rückenwirbelsäule gerade ist. Nimm nichts mit in diese Meditation an Gedanken, an Sorgen, an Ängsten. Alles, was dich in diesen Tagen bewegt, das jetzt einfach los. Zur Unterstützung werden wir am Anfang dreimal tief durch die Nase in den Bauch einatmen und durch den offenen Mund wieder ausatmen. Tief einatmen und halten, 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 halten und ausatmen. Und halten, halten, halten und ausatmen. Und halten, halten, halten und ausatmen. Zur weiteren Unterstützung und Vorbereitung der Meditation üben wir Pranayama Nadi Shodhana, die wechselnde Nasenatmung. Dazu die linke Hand auf dem linken Oberschenkel ablegen, von der rechten Hand den kleinen Finger und den Ringfinger zum linken Nasenloch, rechts ausatmen. Rechts ausatmen. Rechts einatmen. Wechsel links ausatmen. Links einatmen. Wechsel rechts ausatmen. Wechsel rechts ausatmen. Rechts einatmen. Wechsel, rechts ausatmen, rechts einatmen, Wechsel, links ausatmen, links einatmen, Wechsel, rechts ausatmen. Du kannst Pranayama, Nadi Shodhana, die wechselnde Nasenatmung, während des Tages öfters üben. Es bringt die Hemisphären des Gehirns in Balance. Du wirst ruhiger, ausgeglichener. Denke daran, dir vorher die Hände zu waschen. Mit der Rückenwirbelsäule gerade, aufrecht, Konzentration auf dem Bereich zwischen den Augenbrauen, schließe deine Augen. Lass das Gefühl zu, dass beim Ausatmen alles in Ordnung ist. Lass uns gemeinsam dreimal Oum singen. Oum 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 Ohne Beginn und ohne Ende. Anerkenne die heiligen aller spirituellen Erleuchtungstraditionen und die angeborene göttliche Natur eines jeden Menschen. In unserer Tradition des Kriya-Yoga ehrten wir besonders unsere Guru-Linie. Mahavatar Babaji, Lahiri Mahasaya, Sri Yukteswar Giri, Paramahansa Yoganandaji, Roy Eugene Davis und alle Nachfolger. Lass die Sehnsucht deiner Seele zur Ganzheit wiederhergestellt zu sein, deine Meditationserfahrung bestimmen. Stell dir vor, du meditierst in Gott und Gott in dir. Mit der Konzentration auf dem Bereich zwischen den Augenbrauen, beobachte von dort deinen Atem. Machen. 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 Vielen Dank. Es ist nicht notwendig zu versuchen, den Atem zu kontrollieren. Entspanne dich und beobachte den natürlichen Fluss und Rhythmus deines Atems. Entspanne dich und beobachte den Atem. Entspanne dich und beobachte den Atem. Entspanne dich und beobachte den Atem. Wir kombinieren jetzt den Atem mit einem Mantra. Sprich gedanklich beim Einatmen. Sprich gedanklich beim Ausatmen. Ham, soul, hum, soul, hum. Amen. 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 Das Mantra, so ham bedeutet, ich bin. Ich bin das. Ich bin reines Bewusstsein. So ham. Amen. 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 Vielen Dank. 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 Lass uns gemeinsam einmal umsingen. Aum. Komm am Schluss dieser Meditation wieder zurück ins Hier und Jetzt. Und öffne ganz langsam deine Augen. Du kannst natürlich noch gerne so lange, wie du möchtest und Zeit hast, in dieser ruhigen, friedvollen Stimmung verweilen. Nimm diese Stimmung mit in den Tag und schenke sie anderen durch deine Anwesenheit. Roy G. Davis schreibt in seinem Buch sieben Lektionen im bewussten Leben über das zweite Niyama Sandosha. Sandosha bedeutet die Kultivierung von Seelenzufriedenheit in allen Umständen. In Patanjalis Yoga Sutras wird Sandosha folgendermaßen beschrieben. Zufriedenheit bietet höchsten Frieden und Glück. Zufriedenheit in allen Umständen kann aufrechterhalten werden, indem man selbstbewusst bleibt, während man leidenschaftslos Gedanken, Gefühle, Verhaltensweisen und das Auftauchen und Verschwinden von vorübergehenden Ereignissen beobachtet. Sandosha, Zufriedenheit, Seelenzufriedenheit in allen Umständen. Ja, ich möchte am Schluss gemeinsam mit dir ein Mantra singen. Mögen alle Menschen glücklich, zufrieden, friedvoll und gesund sein. Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Mögen alle Menschen glücklich, zufrieden, friedvoll und gesund sein. Ja, ich wünsche dir einen tollen Tag, ein erholsames Wochenende, heute in dem Bewusstsein von Sandosha. Zufriedenheit, Seelenzufriedenheit in allen Umständen. Wenn du möchtest, gerne morgen zur gemeinsamen Meditation. Bis dahin, Namaste.